Ich bin die Steffi Ebert. Wir sind ein mittelständisches Bauunternehmen hier in Pomerzweiler. Und zwar in der dritten Generation sind alle noch dabei. Wir setzen Projekte vor allem für Kommunen um, und zwar sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau. Wir bauen sehr viele Becken auf Kläranlagen und graben die Leitungen auch für ein schnelles Internet. Was mir gut gefällt, ist, dass man draußen relativ selbstständig arbeiten darf und kann. Dass ich jetzt 32 Jahre dabei bin, das spricht eigentlich für sich. Es ist nur ein Familienbetrieb und da bist du halt nicht nur so eine Hausnummer. Es sind eine geile Baustelle, ein geiles Team, geile Maschinen. Was wollen wir mehr? Wir suchen immer Leute, vor allem Baugeräteführer, Maurer, Stahlbäderbauer, Straßenbauer. Aber auch wenn du sagst, ich bin genau der Richtige für euch, bewirb dich. Wir freuen uns auf dich.